so weiter geht's so Lackierung ja, ne war denn ja auf geht's hier sind wir nun mit der ersten Runde was denkst du viel Glück funk mich an, wenn du mich brauchst der war ganz viel Power glaube ich gerade ein bisschen ohne Polymer wunde dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst ich der hat echt keinen Bock dafür den Wohnen der will noch nicht der war schon vorbei der war schon vorbei letzte Runde letzte Runde die Runde gleich So, du hast alles viel kälter, das hast du dann zumindest gold. So, du hast alles viel kälter. So, okay. So, da wird es 32. So, da gibt es ja vier Rennen. Renn Nummer 2. Hier sind wir also in Okutama mit einem weiteren spannenden Event der Grid World Series. Was kannst du uns zur Strecke... So, Renn Nummer 8. Danke, du Arsch. Okay, einfach weggeschossen. Der Kollege hat uns ziemlich gern. Geht das weiß ich. Bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Schon die letzte Runde, ne? Ich muss jetzt echt noch fassen. Oh, der soll noch rein. Alter, die haben hier quasi alles weg, ne? Ja, das gewinnen wir nicht. Gewinnen wir mal das Ding, die finde ich, ich nicht. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gerannt. Dankeschön, meine Fresse, Alter. Naja. Ja, meine Fresse, 15. Noch, ey. 14. Scheiß Ram. Oh, meine Fresse, typen. So, Reine Nummer 3. Willkommen aus Zhejiang. Kristen, was fällt dir dazu ein? Ja. Oh, ich glaube, das Rennen geht nicht los. Okay, es wird heute nicht mehr trocken werden. Bleib konzentriert. So. Geh da lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Das haben wir im letzten Rennen schon gesehen. Da haben sie es nämlich alle gemacht. Da haben sie sogar zu der letzten Kurve nochmal weggeschossen. Da ist hier nur 14. Platz. Da ist einfach ein bisschen weiter vorne gelandet. Aber dass er sich den Gesamtenziek kaputt macht. Letzte Runde. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Dann geht's. Da sind wir jetzt nicht mehr. Verpasst. Dann geht's. Um, 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 um. Um, 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 um So. Das ist irgendwie noch. Das ist aus der Kacknung. So. Hä? Ach nein, ich will das irgendwie nochmal neu machen. Nein, Ben. Ja. Warum er das immer wieder neu gestartet hat, verstehe ich jetzt auch nicht. So. Ja, er will es tatsächlich nochmal neu machen. Dann müssen wir es halt nochmal neu fahren. So. Hallo und willkommen zum heutigen Event. Christen, was steht heute auf dem Punkt? Warte, wir wurden ja gesagt, dass das Rennen in wenigen Sekunden beginnt. Oh. Oh. Nach dem letzten Event bist du überlegen. Ja. 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 Genau. Kommt alle an mir vorbei. No. Ja. 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 Okay. Ja. 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 Nee. So, jetzt haben wir ihn. Letzte Runde, bleib bis zum Ende in Führung. So, jetzt haben wir ihn. So, jetzt haben wir ihn. So, dann haben wir ihn wieder gewonnen. Ich bin schon auf die Wiederholung gekommen. Neu starten. Okay. Egal. Scheiß drauf. Nein, bitte nicht. Was ist denn heute los? Das müsste das letzte Runde sein, ne? Gott sei Dank. Gut. Dann sprinten. Okay, ich bin am Funkgerät, falls du etwas brauchst. Na, bräuchte ich. Danke. Oh mein Gott. Das ist jemanden zur Weißglück getrieben. Ja, der eine, der hinter mir, ne? Da habe ich immer auch schon, der mich in zweitbrennen abgeschossen hat. Oder mal ab geht's von mir. Dankeschön. Dankeschön. Verschwinde doch einfach mal. Klatsch jetzt. Das ist verdient. Das ist verdient. Oder. Das ist verdient. Das ist verdient. Ich habe Selig. Dann haben wir es. Gott sei Dank. Ich hoffe, dass wir es trotzdem irgendwie gewonnen haben. So. Na, Gott sei Dank. Rechte. Gut. Dann sind wir da jetzt durch und Montag sind wir uns damit.